Wenn nach einer Steuererklärung der gefürchtete Brief vom Finanzamt kommt, hat man eher wenig zu lachen. Denn dann heißt es oft, nachzahlen und eventuell nicht zu knapp. Aber Moment mal, wieso soll man sich eigentlich immer wieder und wieder diesen Stress antun? Dafür gibt es doch Experten. So wie uns, die Steuerberater Gämbler und Grensemann. Wir kennen die unterschiedlichen rechtlichen, steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Anforderungen und deren Wechselwirkung. Sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen. Wir beraten sie umfassend und erstellen Lösungen und Konzepte, die ihnen weiterhelfen. So, dass sie sich in Zukunft über Post vom Finanzamt freuen können. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.